Sind wir in ein Team, Chris? Wir sind ein Team, Alex! Ja! Brumm brumm, Auto! Brumm brumm! Konzentriere dich, ich will, dass du alles aufschnallst! Ich beschmeiß' euch mit Kot! Du Affe! Ich kann nur Mittelfinger zeigen! Ich ficke sie runter! Ich hab keine Waffe! Wo sind die Waffen, Alex? Schieß, schieß! Ich bin Mittelfinger! Ich hab keine Waffe! Vor Arschen! Ey, wie kann ich den Waffen wechseln? Oh mein Gott! Was hat denn? Oh nicht! Was hab ich als Kind gerne geguckt? Pinocchio und hat sich vorgestellt, dass er auf seinem Gesicht sitzt und dass er lügt. Genau. Sowas wie Gummibärenbanden und alles sowas. Gummibären! Gipfing und Tocke und Tocke und Tocke! Soll ich uns in die Luft sprengen? Guck mal! Hast du überlebt? Hast du echt überlebt? Ja! Huch mich ab, Alex! Warum bin ich jetzt unten gespawnt? Warum bin ich jetzt? Ich bin unten auf der Straße gespawnt! Was soll denn der Scheiß? Warum fahr jetzt so Richtung? Ich bin oben! Ich bin unten! Ach, die Richtung ist nicht. Oh, da ist der Checkpoint! Nein! 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 Ich freu! Boah! Alex, wir machen jetzt einen Plan, ohne dass die das hören. Oh Gott, wie blutig der ist! Boah! Boah! Jo, wo ist das eingelegt? Nein! Der durch! Ja! Nein! Ich bin dran vorbeigesprungen! Was sagst du zu meinem Fahrer-Skills? Ja, ich bin beeindruckt. Also... Mehr als eingerustet, Alter. Ich hab mich selten so sicher gefühlt. Weg, ihr Roller-Drecks! Weg, ihr Roller-Drecks! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du denn? Was machst du denn? Oh mein Gott, was tut... Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geht's was los! Geht's los! Oh mein Gott! Was ist ehrlich mit ihm passiert? Steigt ein! Tag hier auf in die Tür! Oh mein Gott! Oh Gott! Kevin, ich bin hinter dir, guck mal! Der war geil! Lass ihn nicht einatmen. Guten Tag. Hallo. Was ist das denn? Judas Maximus. Ich möchte gerne einen Witz erzählen. Wollt ihr ihn hören? Ihr seid so ne Bastard, wisst ihr das? Gerade Chris wird da gefallen. Also ich erzähle, ja? Haltet die Fresse. Treffen sich Merkel, Obama und Putin. Ist nicht lustig! Irgendein Hafen. Das ist der beste Maul. Es ist Fischgesicht. Ja und wie geht es weiter beim Witz? Das erzähle ich nicht mehr. Das war der komplette schon, ich wusste es. War richtig witzig. War richtig witzig. Eure Existenz ist lustig. Also ich erzähle jetzt den Witz und haltet mal ne Fresse. Treffen sich Obama, Putin und Merkel am Hafen und unterhalten sich über U-Boote. Obama fängt an und sagt, unsere U-Boote sind so modern, da kannst du wochenlang unter Wasser bleiben. Und Merkel überlegt, wie sie die beiden noch beeindrucken kann. Mit irgendeinem Fakt. Auf einmal taucht ein U-Boot auf. Die Luke wird geöffnet und es schreit jemand, Keil, wir brauchen Diesel. Wir finden den Hut. Nein für den L sustainabilityern. 5 4 Bis zum nächsten Mal.